ja hallo zusammen die bahn hat uns eben von köln bis nach scheuerfeld gebracht und wir haben heute vor die natursteigetappe nummer 12 zu gehen die geht von scheuerfeld bis nach alsdorf dauert etwa so 16 kilometer lang und wir schauen jetzt mal ob sie genauso viel zu bieten hat wie etappe 11 die uns nämlich sehr gefallen hat und ihr kommt jetzt mit und Amen. Jetzt rennt sich jetzt der neue Weg vom alten Weg. Da kamen wir her letztens. Und hier geht es weiter. Hier wird es abenteuerlich. Und noch weiter ducken. Ei, ei, ei. Es gibt ausgesprochen viele Himbeeren dieses Jahr. Das lässt sich schon mal ganz gut an hier. Schöner schmaler Pfad. Allerdings typisches Sommerphänomen. Schon heftig zugewuchert. Ja, hier wird es dann wieder ein bisschen freier im Wald. Darf ich vorstellen? Das Modell Verlustbank. Das Modell Verlustbank. Ja, Mensch, da wollten wir eine Bierpause machen. Und irgendeiner hat die Bierflaschen oben unerreichbar hingestellt. Alex und Alex, könnt ihr uns helfen? Hier begleiten uns immer ziemlich beeindruckende Stromleitungen. Und warum es hier so viele davon gibt, das erfahren wir gleich später noch. Also wer hier Schlafplätze sucht in diesen Hütten, ist glaube ich ganz gut bedient. Das sieht relativ komfortabel aus. Hier sogar noch gepolstert. Und hier steht, die Hütte kann kostenfrei reserviert werden. Beim Ortsvorsteher mit Telefonnummer. Viel zu tun in Steinerot. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Nachricht. Bis zum nächsten Mal. Amen. So, jetzt gehen wir in die Dickendorfer Mühle und hoffen, dass das Café auf hat. Wir haben da auch nur so flüchtige Informationen, dass es angeblich um zwei Uhr aufmachen soll, aber nichts Genaues weiß man nicht. Ja, alles sehr idyllisch hier bei der Dickendorfer Mühle. Nur leider geschlossen. Schade. Wir hätten Hunger auf Kuchen gehabt. Kaffee hätten wir auch genommen. Ja, ein bisschen versteckte Wegführung hier vom Natursteigsieg. Denn hier führt der Pfad mitten durch die Dickendorfer Mühle, die leider geschlossen ist. Ich kann es nicht oft genug betonen. Ja, ganz interessant. Hier ist so eine Freizeiteinrichtung mit ganz vielen Spielgeräten. Und diese Rutsche, die reizt mich natürlich wieder. Aber nachher bleibe ich da doch wieder nur stecken. Deswegen gehe ich jetzt brav mal hier hoch. Und hier ist auch wieder das Zeichen vom Natursteigsieg. Hätte man gar nicht vermutet. Sieht so privat aus hier. Okay, ich probiere es. Auf eigene Gefahr. Mal sehen, wie schnell ich werde hier. Tja, jetzt sind wir ganz unvermutet in einen Kriminalfall verwickelt worden. Und zwar haben wir gerade einen Mann im Auto getroffen. Er meinte, falls wir hier auf dem Weg vier Schafe sehen, sollen wir die Polizei rufen. Die wären ihm nämlich irgendwie abhanden gekommen. Und er sucht die. Aber die Polizei wüsste Bescheid. Jetzt haben wir noch kein Schaf gesehen. Das Schafe haben wir jetzt hier im Tal des Steinebachs nicht gefunden. Aber wieder diese riesigen Strommasten. Die stammen von einem der größten Umspannwerke in Deutschland. Und zwar verbindet das die Rhein-Main-Region mit der Rhein-Ruhr-Region. Da läuft der ganze Strom für unsere YouTube-Filme durch. Jetzt sind wir mal wieder auf Schotter unterwegs. Das lässt sich nicht ganz so gut gehen. Heute haben wir bezeichnenderweise auch mehr Fahrradfahrer gesehen auf dem Natursteig-Sieg als Wanderer. Viel mehr. Idyllisch plätschert der Steinebach vor sich hin. Und hier in dem Tal lässt sich ganz gut gehen. Ganz angenehmer Weg hier. So, jetzt kommen wir auch so langsam nach Alsdorf rein. Alsdorf hatte so seine Glanzzeiten von 1471 bis 1885. Und das hatte mit der Eisenverhütung zu tun, die hier mal sehr verbreitet war. Und den Wohlstand des Ortes begründet hat. Vielleicht finden wir auch noch aus der Zeit ein paar alte Häuser. Schauen wir doch mal. Oh, wir haben Glück. Hier ist gerade Dorffest heute. Und vielleicht heißt das für uns auch, dass wir da was zu essen kriegen. Ja, jetzt müssen wir uns dann noch ein bisschen sputen. Die Wandersockendame hat noch einen Kaffee ergattert und einen Krepp. Wir dürfen aber auch nicht unseren Zug verpassen. Die letzten Meter bis zum Bahnhof. Und da stellt sich doch die Frage, wie viele Socken hat die Etappe heute verdient? Tja, zum Abschluss Krepp ist natürlich auf jeden Fall schon mal gut. Ja, das hat sich schon mal gelohnt. Ja, und der Weg an sich, ja, ganz nett würde ich sagen. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, also es war jetzt nicht so prickelnd mit vielen Naturfaden bestückt wie die Vorgängeretappe. Aber die Landschaften waren eigentlich ganz hübsch so zwischendurch. Immer mal wieder auch nette Passagen. Allerdings zwischendurch auch immer wieder Schotter. Das war nicht ganz nett. Hm, vielleicht siebeneinhalb Wandersocken heute. Kann man geben, denke ich. Und die volle Kreppsockenzahl, ne? Ja, auch wenn man es jetzt leider im Stehschritt essen musste. Ja, aber besser als nichts. Ja, aber besser als nichts.